Ich lerne Deutsch. Nummer 13481 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nichts geht über eine Joggingrunde am frühen Morgen. Ich bin ein Frühaufsteher. Die Bewerbung um ein Forschungsstipendium erfordert ein aussagekräftiges Motivationsschreiben. Die Änderungen waren kaum spürbar. Die Änderungen waren kaum spürbar. Betont, dass die Änderungen so gering waren, dass sie fast nicht wahrnehmbar waren. Die Autorin des Buches erklärte, sie habe sich von ihren eigenen Lebenserfahrungen inspirieren lassen. Manchmal ist es die schwierigste Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen. Manchmal ist es die schwierigste Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen. Was hast du von Oma bekommen? Gefällt es dir? Zeigst du es mir? Der Globus ist vom Flohmarkt. Ich habe nur 10 Euro bezahlt. Der Globus ist vom Flohmarkt. Ich habe nur 10 Euro bezahlt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns auf ca. Und gib uns den Kopf. Lässt du ihr das?